Welche Überraschung ich die Kräger fragt. Bereit recht. Eines Tages will ich mal das andere Ufo. Ach, Clive. Was mache ich denn jetzt bitte schön? Was ist denn los? Ich muss dringend zwei Kleider nähen und habe nicht ein Fitzelchen Stoff. Ein Wunder, dass die Lumpen dieser beiden Mädchen noch nicht auseinandergefallen sind. So können sie auf keinen Fall länger herumlaufen. Auch hier im Versteck braucht es schließlich eine gewisse Ordnung. Du willst doch auch, dass die beiden sich hier wohlfühlen, oder nicht? Natürlich will ich das. Wie kann ich helfen? Oh, du bist ein Schatz, Clive. Also, ich habe schon für zwei Ballen Stoff bei der Tuchhändlerin in Nordstedt bezahlt. Blau und Rot. Aber sie liefert nicht. Wie auch, wenn wir auf keiner Karte verzeichnet sind. Also muss irgendwer diesen Beleg nehmen und die Bestellung abholen. Und mit irgendwer meinst du sicher mich. Ganz genau. Und lass dich nicht mit weniger abspeisen, als das, wofür ich bezahlt habe. Ein Ballen blauer und ein Ballen roter Stoff. Ich brauche beide. Sie haben gesagt, wir kriegen neue Kleider. Aber wir haben doch kein Geld. Sie haben gesagt, wir müssen das, wofür ich jetzt nicht mehr abspeisen, als das, wofür ich jetzt nicht mehr abspeisen. halte die sardinen schön kühl hoffentlich hat die tuchhändlerin den stoff wie wäre es mit ein wenig damast oder lieber ein paar meter samt oder loben nur etwas leinen zwei ballen sie sind schon bezahlt es tut mir leid milord aber eure stoffe sind nicht hier sie hätten mit einer karawane aus bockland hier eintreffen sollen aber wir warten schon seit mehreren tagen auf sie meine mutter gibt banditen die schuld aber sie gibt an allen banditen die schuld in den meisten fällen hat sie damit auch recht die karawane kommt also aus richtung süden ja hoffentlich mit lauter hübschen sachen im gepäck moment wollte sie etwa suchen gehen ganz genau das habe ich vor auch na dann viel glück ja 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 Der Drecksvogel ist eine Gefahr. Es war nur ein Versehen, ehrlich. Wer soll das halbkaputte Zeug jetzt noch kaufen, nachdem dein Biest darüber getrampelt ist? Äh, für mich sieht alles noch ziemlich heil aus. Gibt das irgendein Problem? Falls du vorhast, meine Waren zu klauen, kannst du dich schon mal auf eine Enttäuschung gefasst machen. Alles die Schuld von dem Dummkopf da. Äh, aber du bist mir doch vor den Wagen gelaufen. Dieses Federhirn hat mich niedergetrampelt. Ich bestehe auf Entschädigung. Wenn nicht in Gill, dann nehme ich die Waren, die du dabei hast. Sonst melde ich dich bei der Garnison und lass dich hängen. Aber meine Lieferung wird in Nordstedt erwartet. Selbst wenn ich wollte, könnte ich sie dir nicht geben. Du kommst nicht zufällig aus Bocklad, oder? Ja, komme ich, aber... Haben die Markthändler dich geschickt? Hilf mir doch bitte. Ich kann auch dafür zahlen. Der Trottel hat also Verstärkung. Und Gill scheinbar auch. Tja, tut mir leid für dich, aber die werden wir uns jetzt nehmen. Hey, Schlechter! Zeit zum Abkassieren! Du sollst mich nicht so nennen. Und wir hätten schon längst abkassiert, wenn du nicht dieses kleine Schauspiel abgezogen hättest. Banditen! Genau die sind meistens schuld daran. Bringen wir es hinter uns. Ich nehme den Vogelfreund. Kümmer du dich um den Schönling, Schlechter. Nenn mich nicht so! Und ich kann mich nicht so! Wie groß ist, wie ein Einwander aus dem Bekaden. Ich bin nur der Trottel. Ich bin auch der Trottel. Und ich bin gleich, Schlechter. Der Trottel hat mich, Schlechter. Ich bin nicht so! Und wir können die preoccupation, Schlechter! Jetzt ist das vor allem bes hits. Und ich bin deutet. Du soll meinst damit damit wehen, Also, es ist schon einmal klar. Du sollst. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und hätte der große Gilbert dich nicht geschickt, wäre ihm das sicher auch gelungen. Meine Lieferung ist gerettet. Ohne dich wäre ich jetzt ruiniert. Bitte lass mich dich belohnen. Darüber können wir auch in Nordstedt reden. Ich werde dich dorthin begleiten. Also hattet ihr beide recht. Es sind wirklich immer Banditenschuld. Und ohne die Güte dieses Söldners hier, würdet ihr eure Waren wahrscheinlich gerade von einem von ihnen für den doppelten Preis zurückkaufen. So, wenn ich mich nun verabschieden darf, ich habe eine dringende Verabredung im Schleier, bevor ich nach Bocklad zurückkehre. Lebt wohl. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ihr wartet ja noch auf euer Leinen. Glücklicherweise sind beide Ballen sicher mit dem Rest der Lieferung eingetroffen. Und zum Dank habe ich euch noch ein paar Ellen unserer besten Stoffe eingepackt. Kostenlos natürlich. Ist das auch wirklich in Ordnung? Meine Mutter besteht darauf. Schließlich habt ihr unsere ganze Lieferung gerettet. Zurück zum Versteck. Hortense wartet sicher auf den Stoff. Clive, entschuldige, dass ich dir Umstände gemacht habe. Aber meine Bestellung hast du, oder? Keine Sorge. Hier ist sie. Ich glaube, du wirst mehr als zufrieden mit den Stoffen sein. Mal sehen. Ein Ballen rotes Leinen, ein Ballen blaues. Ich erinnere mich nicht, Samt oder Seide bestellt zu haben. Oder ist das Goldstickerei? Gütige Gvigor. Ich hoffe, diese Händlerin erwartet nicht, dass ich das alles bezahle. Du kannst ganz beruhigt sein, Hortense. Das waren Geschenke. Zum Dank für einen Gefallen. Ich kann sie natürlich auch zurückbringen. Oh, ich... Nur nichts überstürzen, Clive. Ich werde schon irgendwas damit anfangen können. Da fällt mir ein, welcher von den dreien gefällt dir denn am besten, hm? Äh, ich weiß nicht. Der da. Glaube ich. Dann gebe ich ihn am besten Jill. Wusstest du eigentlich, dass sie eine ziemlich gute Schneiderin ist? Zumindest weiß ich, dass sie als Kind auch Nähen gelernt hat. Als Kind? Ach, richtig. Ihr beide seid ja zusammen in Rosalith aufgewachsen, oder? Nicht unbedingt zusammen, aber... Nachdem mein Vater die Rebellion in den nördlichen Gebieten niedergeschlagen hatte, kam Jill zu uns an den Hof, um ihren Vater Silbermähne zur Einhaltung der Verträge zu zwingen. Dann ist sie eine waschechte Prinzessin, nicht wahr? Das habe ich gleich erkannt. Manche Leute haben einfach so eine Ausstrahlung. Hier gibt's aber nicht viele davon. Ich würde ihr gern etwas nähen, das besser zu ihrer Stellung passt, aber... Sie würde ja doch nur ablehnen, wie immer. Mir sagen, dass ich den Stoff lieber für die Kinder benutzen soll. Bitte nimm es dir nicht zu Herzen. Das letzte Kleid, das du ihr genäht hast, scheint sie jedenfalls sehr zu mögen. Ach, das trägt sie ja wirklich ständig. Vielleicht näht sie sich selbst etwas Neues aus deinem Geschenk. Ablehnen wird sie es sicher nicht. Das würde mich so freuen. Die Kup-Kaskade ist in letzter Zeit nicht mehr in Dallimit gesehen worden. Vielleicht die... Willkommen beim Stehen, Stifter! Deine Gönner sind sehr großzügig. Hier, bitte! War's das? Bist du für einen meiner Vorträge hier? Erlaube mir, dich aufzuklären. Bitte, nur zu. Deine heutige Lektion ist beendet. Mehr kann ich leider nicht tun. Schone dich jetzt. Und achte in Zukunft bitte besser auf dich. Danke. Ich versuch's. Es ist der Fluch. Sie braucht jetzt Ruhe. Sag mir bitte, wenn's dir zu viel wird. Die Schmerzen... Schmerz ertrag ich. Das solltest du aber nicht. Nicht mehr. Das hier ist nicht nur dein Kampf, Clive. Es ist unserer. Wir alle sehen, wie hart du kämpfst. Und wir wollen es dir gleich tun. Oder willst du lieber, dass wir dich die Welt im Alleingang retten lassen? Nein. Es ist nur... Verzeih mir. Clive, wo bist du? Hier drin. Was ist los? Rosalith wird angegriffen. Was? Das ist nicht das dalmekische Heer, von dem wir hier sprechen. Das ist die steinerne Wache vom Drachenfang. Hugo Kupkas Leibgarte. Sie zerlegen die ganze Stadt. Und versuchen ins Schloss einzudrängen. Sie suchen mich. Ich fürchte ja. Der gute alte Hugo hat wohl endlich begriffen, wer hinter dem Namen Sid steckt. Dann ist das eine weitere Falle? Darauf verwette ich meinen Arsch. Und all das nur für dich, Clive. Ich gehe nach Rosalith. Soll das ein Scherz sein? Du willst genau das machen, was er sich erhofft? Jill. Ich weiß nicht, warum Kupka es so auf Sid abgesehen hat. Doch solange sein Hass mich verfolgt, wird es niemals Frieden geben. Jetzt ist auch der Rest von Sturm Teil dieses sinnlosen Kriegs, um mich zu finden. Außerdem werde ich nicht tatenlos zusehen, wie er meine Heimat in Schutt und Asche legt. Hugo Kupka muss sterben. Er hat schon genug meiner Freunde auf dem Gewissen. Ich will nicht, dass es mehr werden. Also dann los. Lasst uns ihn kalt machen. Ich komme auch. Schließlich stecken wir alle da drin. Also gut. Ich sollte mit Otto reden, bevor wir aufbrechen. Wir müssen genau... ...wissen, was uns erwartet. Ich werde mit Otto reden, was uns erwartet. Wir müssen jederzeit nach Rosalie aufbrechen können. Clive, gut, dass du da bist. Gibt's ein Problem? Schledon ist das Problem. Der Kerl bläst nur noch Trübsal. Sonst reichen ein, zwei Bier und dann ist er wieder der Alte, aber diesmal nicht. Irgendwas bedrückt ihn und er will mir nicht sagen, was. Er hat einfach keine Energie mehr. Sogar seine ewige Motzerei hat er eingestellt. Aber vielleicht fängt er wieder an, wenn du mal mit ihm redest. Dich mag er doch, oder? Also, kommst du mit? Gern, wenn das hilft. Du bist meine Rettung. Aber wenn er nicht will, dann will er nicht. Wir sollten ihn nicht drängen. Schon klar. Also, wenn wir zusammen hingehen, riecht der Lunte. Deshalb gehe ich vor und du kommst danach, ja? Bis gleich. Wir sehen uns bei der Schmiede. Eines Tages will ich mal das andere Ufer vom See sehen. Erst August und jetzt du. Was ist hier los? Ich bin doch sonst nicht so beliebt. August macht sich Sorgen, dass dich irgendwas bedrückt. Ich dachte, du willst vielleicht drüber reden. Interessant. Ich hab dir gesagt, dass ich in Ruhe gelassen werden will. Und was machst du? Klaif will doch nur helfen, oder? Ist doch nett von ihm. Red mit ihm. Vielleicht geht's dir ja besser, wenn du mal alles rauslässt. Komm schon. Ich... mach mir Sorgen. Stur wie ein Esel. Es gibt nichts zu erzählen. Nichts davon ist der Rede wert. Erzähl einfach drauf los. Karon und ich haben eine Abmachung. Ich helfe ihm mit Götz und sie zeigt mir, was die Konkurrenz so macht. Interessante Waffen, Rüstungen und so weiter. Neulich hatte sie irgendwo einen Kyras aufgegabelt. Meisterhafte Lederarbeit. Leicht und widerstandsfähig. Sowas hast du noch nicht gesehen. Dagegen sind meine plumpen Sachen der letzte Schrott. Ich hätte das Misting kaufen und mir die Technik abgucken sollen. Aber ich war zu stolz. Und jetzt denke ich Tag und Nacht an Ledernähte. Und daran, was für ein zweitklassiger Handwerker ich bin. So. Zufrieden? Hab ich euch genug bespaßt? Dann zischt ab. Na gut. Bis später. Für mich war Schledorn immer so eine Art Naturgewalt. Eine Gewitterwolke voller Schnaps. Dass der sich verunsichern lässt. Und das von irgendeinem Lederfummel. Schledorn ist sehr stolz auf seine Arbeit. So was nimmt er sich natürlich zu Herzen. Und wenn wir Pech haben, wird das noch schlimmer. Wenn er an sich zweifelt, leidet sein Handwerk. Und dann zweifelt er noch mehr. Wir müssen etwas tun. Auf jeden Fall. Dieser Kyras, von dem er gesprochen hat. Vielleicht lässt sich da was machen. Wir könnten versuchen, ihn aufzutreiben. Wäre ein guter Anfang. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Gehen wir zu Karon. Karon. Eine Frage. Schledorn sagt, er habe letztens einen Kyras hier gesehen. Ein absolutes Prachtexemplar. Seiner Meinung nach. Er ist völlig besessen von dem Ding. Und da wollten wir es für ihn kaufen. Der ist leider schon weg. Ich dachte, Schledorn will ihn nicht, so wie der die Nase gerümpft hat. Aber gut gearbeitet war er, das stimmt. Auch wenn der Hersteller ein komischer Vogel war. Ich bin ihm auf einer Reise begegnet. Dieser Kyras war wohl eine Auftragsarbeit, die aber nicht abgeholt wurde. Was weiß ich, was da los war. Da habe ich ihm das Ding eben abgekauft. Weißt du, wo wir ihn finden können? Wie gesagt, er war etwas schräg. Eine Werkstatt hat er nicht. Dafür hat er was gegen Jäger. Und scheint voll lieber selbst zur Jagd zu gehen, anstatt das Leder einfach irgendwo anzukaufen. Interessant. Und gerade fällt mir ein, er sagte, sein nächster Auftrag sei ein paar Beinschienen aus Greifenleder. Ah, jetzt wo du das sagst. Am Jagdbrett stand auch was von einem Greif. Wo wurde der nochmal gesichtet? Irgendwo in San Breg, glaube ich. Cair Norvon, das war's. Danke, Karon. Du hast uns gerettet. Wäre nicht das erste Mal. Tja. Dann werden wir diesen Lederarbeiter wohl am ehesten finden, wenn wir uns den Greif vorknöpfen, oder? Den Greif überlasse ich dann lieber dir. Ja, wenn du jagen gehst, gehe ich auf die Märkte. Vielleicht kann ich da rausfinden, wo er wohnt oder sowas. Gute Idee. Dann wird ihn einer von uns sicher finden. Eines Tages will ich mal das andere Ufer. Wir müssen jederzeit nach Rosalie aufbrechen, Greif. Ich bin gar nicht dran. Und ich bin gar nicht dran. Danke. Ich bin auf das andere Mal. Ich bin ganz dran. Danke. Danke. Hast du mit Geft gesprochen? Wir gehen nach Rosalith. Aber erst, wenn ich alle Informationen habe. Weißt du mehr? Nicht viel. Niemand hat erwartet, dass Dalmekia noch eine Front gegen Sambrek aufmacht. Erst recht nicht unsere Leute in den Provinzen. Sie haben uns alle möglichen Berichte geschickt, aber sie widersprechen sich. Vivian versucht gerade, aus den Dingern schlau zu werden. Es wäre also gut, wenn du mit ihr redest. Verstanden. Sieh an. Ein Besuch von meinem Lieblingsschüler. Also gut. Wo haben wir zuletzt? Ach, das ist ja überraschend. So gut besucht sind meine Vorträge selten. Wie sagt man noch? Bisschen Bildung... ähm... schadet nie. Wir gehen nach Rosalith und stellen Kupka. Wie ist die Lage dort? Nicht so hastig, Lord Rossfield. Ich kann mir vorstellen, dass du besorgt um deine Heimat bist. Doch um die jetzige Situation zu begreifen, musst du zunächst verstehen, wie sie zustande gekommen ist. Reden wir als erstes über Hugo Kupka selbst. Oder den Berater in wirtschaftlichen Expansionsfragen, wie sein Titel in Dalmekia lautet. In einer Republik, deren Fundament der Handel ist, gibt es kaum eine einflussreichere Position. Sie hat Kupka einen außerordentlichen Grad an Reichtum und Macht eingebracht. Nicht, dass es ihm an Letzterem je gemangelt hätte. Denn als Titans Dominus ist er auch Dalmekias Sicherheitsgarantie. Ein Trumpf, mit dem er seinen Einfluss weiter ausbauen konnte. Und zwar so weit, dass er es sogar geschafft hat, dem Parlament die Kontrolle über den Mutterkristall zu entreißen. Die Loyalität der Schutzgarnison von Drachenfang hat er sich mit großzügigen Summen erkauft. Sie ist nun kaum mehr als sein Privathair. Und dieses Heer marschiert just in diesem Moment über rosarischen Boden. Wobei es sich dabei mittlerweile natürlich um Sanbrexisches Territorium handelt. Doch das Kaiserreich hat gerade andere Sorgen als Rosaria, seit es sich um die Besetzung des Kristalldominiums in eine Pazituation mit Dalmekia manövriert hat. Das heißt, alle Truppen werden gebraucht. Von den wenigen Garnisonen, die die Provinzen im Westen noch sichern, wurde daher die Hälfte mit dem Fall von Drachenhauch abgezogen. Denn die Gefahr durch die Eisernen und somit die eines Überfalls über den Seeweg war vorerst gebannt. Wirklich bewacht wurde die Küste des ehemaligen Großherzogtums also nicht. Ein Umstand, der auch Kupka nicht entging. Ohne nur einem einzigen feindlichen Schiff zu begegnen, ging er mit seinen Männern in Rosaria an Land. Alles nur für dich, Clive. Er will deinen Kopf. Seine Belagerung Rosaliths dient diesem einzigen und alleinigen Zweck, um dich aufs offene Feld zu locken. Du meinst, Kupka ist über den Seeweg gekommen? Was ist mit Port Isolde? Ist die Stadt sicher? Ja. Den Hütern der Flamme zufolge ist sie das. Die Dalmekische Flotte ist ohne einen Angriff vorbeigezogen. Allerdings nicht unbemerkt. Sobald klar wurde, dass Kupka Rosalith ansteuert, haben die Hüter sofort die Evakuierung der Menschen dort in Angriff genommen. Die Bühne für eure heldenhafte Heimkehr wird also frei sein. Dennoch wird es ein äußerst schwieriges Unterfangen, in die Hauptstadt zu gelangen. Hugos Männer sichern die Buettbrücke. Alle Versuche der kaiserlichen Armee, sie ihnen zu entreißen, waren erfolglos. Zudem scheinen sie aus den Fehlern San Brex gelernt und entsprechende Vorkehrungen getroffen zu haben. Die Küste um Rosalith wird lückenlos von Dalmekia bewacht. Und nun sag, mein Schüler, wo denkst du liegt die beste Route in die alte Hauptstadt? Im Norden. Wir überqueren die Grenze am Phönix-Tor und reisen dann durch Stillwind weiter zum Schloss. Ein kleiner Umweg, doch so werden wir nicht entdeckt. Deine Ortskenntnis macht sich bemerkbar. Gute Reise. Brechen wir am besten sofort auf. Du begleitest sie? Ja, mich juckt es schon verdammt lang in den Fingern, diesen Bastard zu erwischen. Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Gut, wir sollten los. Jawohl. Rück zum Schloss vor. Jawohl. Hugo und seine Männer waren fleißig. Die äußeren Mauern haben sich schon überwunden. Noch halten die Kaiserlichen dem Angriff stand. Aber sie werden sich schon sehr bald geschlagen geben müssen. Die Schweine haben hier wirklich alles platt gemacht. Fast so, als ob sie die Stadt ausradieren wollten. Nur ein Mittel zum Zweck. All das für einen Mann? Das kann es doch nicht wert sein. Wenn ihr euch geschickt anstellt, dann solltet ihr euch unentdeckt bis zum Schloss durchschlagen können. Ich werde noch ein paar Leute aufgabeln, die nicht mehr rechtzeitig rausgekommen sind. Gib acht. Ebenso. Macht mir keine Dummheiten. Alle. Ich werde dich verletzen. Alles. Alles. Ich habe Schlimmes geahnt, aber... Ich weiß, es ist ein Albtraum. Unser Zuhause. Komm, Clive. Wir müssen weiter. Das ist keine Invasion. Das ist ein Massaker. Krupka macht von nichts Halt. Nichts. Nein, nicht die Stadt. Clive, hier durch das Tor. Für eure Verbrechen werdet ihr bezahlen. Nein, nicht die Stadt. Nein, nicht die Stadt. Dramatische Ange! Ahem. Gnade! Gnade! Wen haben wir denn da? Meine Herren? Gnade! 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 Das war's für heute. Das ist nicht so. Ah! Ah! Ah, wer das nicht so ist. Ob ich das nicht so schlecht habe. Föger, schnell! Nopsy! Ah! Sch chargthau! Vor strangers! Ich bin in meiner Stadt! Seid links! Ja! Gleich sind wir am Schloss. Dann hat er sein Ende. Hier sind sie! Die sind schreitend. Hier sind sie. Ich bin der Köder. Die sind her. Ich bin der Köder. Ziggahorn ist hier. Sie gehören dir! Löst die Kette! Ach, dein Kerl! Löst die Kette! Bereit? Was glaubst du? Was? 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 Ja! Untertitelung. BR 2018 Er sammelt seine Kräfte an. Greif weiter an. Wir halten ihn auf. Ich bin verletzt! Oh Gott! Naps! Samo! Relax! Dabbi! Togger! Fass! Dabbi! Siegehör an dir! Konsumieren! Endlich muss er! Konsumieren! Dabbi! 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 ewigkeit nach dir gesucht dass du meiner einladung gefolgt bist für den anlass habe ich keine mühen gescheut ich hoffe dir gefällt die kulisse wirklich bedauerlich dass dein vorgänger nicht hier ist doch wir werden sicher auch unseren spaß zusammen haben sagte mein schneefleckchen du willst doch nicht schmelzen bevor dein auftritt beginnt scheiße Nun, auf zu den Feierlichkeiten! Ah, ist ja hervorragend gelaufen. Ich glaub, jetzt liegt's an mir. Anker! Welcher Kopf soll rollen? Du! Hol die Gefangene! Wer sich mit Geächteten einlässt, verdient es nicht anders. Hätte sie sich mal mit mir eingelassen. Befehl von Lord Kubka! Du darfst zusehen, wie deine Freundin hingerichtet wird. So ne Verschwende! Gav! Ristallfesseln sind schwer zu knacken, weißt du? Aber keine Sorge, ich krieg die schon auf. Wo ist Jay? Im Innenhof. Scheiße! Machen wir schnell! Die Kaiserlichen haben zum Rückzug geblasen und sind schon weg. Aber es wimmelt hier noch von Kubka's Männern. Überlass sie mir. Ich schleuch mich nach oben und komm dann von hinten. Beeil dich, ja? Ach! Fast vergessen! Halt durch, Jill. Ich komme. Ich muss sofort in den Hof! Ich lasse sie nicht sterben! Ich hoffe, du hast einen Plan, Clive, denn falls nicht, sind wir geliefert. Los! Ein verdammter Wolf! Torgal! Torgal! Kannst du stehen? Komm schon, Lord Rossfield! Ich hab dir doch nicht etwa den Appetit verdorben. Schluss damit! Ja? Es wird Zeit, den nächsten Gang aufzutischen. Mal sehen, wie er dir schmeckt! Hier, Jill. Danke, Gath. Haltet durch. Wir kommen hier raus. Und Torgall? Danke. Sag mal, seit wann kann Torgall denn dieses Kunstschlöpfchen? Weiter. Erst, kämpfen wir. Ich zähl auf den Torgall. mit dem Torgallium fährt. Successfully, wir obenoughs, mit dem Torgallium Laboratories DICH DING nach also auf den Torgallium es ist gefühlt sich aber nochuction, Gaste serviert, einmal in MAPP, also rechts drängen, Ich versuch's! Hilf mir, Großer! Komm zu mir! Hilf mir, Großer! Hier drüben! Ich bin verletzt! Ihr seid ja immer noch nicht tot! Wunderbar! Dann gehört Lord Kupkers Belohnung, also Bons! Vielleicht die Typen sehen nach Ärger aus! Lassen wir auch noch! Wunderbar! Wir müssen jetzt! Wunderbar! Die Tür verursacht, oder? Wunderbar! 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 ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin verletzt! Ich bin verletzt! Ich bin verletzt!